Warum ich mich für den Wutmeiser entschieden habe, ist eigentlich, sie ist schon sehr bekannt eigentlich und ist unter den größeren Hersteller dabei, sage ich mal, unter den Bekannten. Und die Wutmeiser-Vertretung ist jetzt auch nicht so weit weg von mir, am Garsberg in Salzburg. Das war sicher auch eine von den Entscheidungen, dass das auch ein Ansprechpartner ist in meiner Nähe. Und ich kenne eigentlich einige von der Sägebranche und da hört man, es ist noch gute Sachen von der Wutmeiser und dann habe ich mich für die Wutmeiser entschieden. 15 Meter Länge und 70, also 65 Zentimeter Durchmesser schneiden. Und das war eben das große Problem. Alles, was größer ist als 65, das ist schwarz am Bearbeiten gewesen für uns. Und dann habe ich mich eben für die Wutmeiser entschieden. Da kann ich bis zu 95 Zentimeter Durchmesser schneiden. Und jetzt bin ich da eigentlich sehr, sehr flexibel für die Durchmesser her und auch für die Einzelsortimente. Beim Landschnitt sind oft viele kleine Sortimente, was beim Gatter ziemlich aufwendig ist, zum Umspannen, zum Rüsten. Und bei der Wutmeiser geht das auf Flexibilität. Und der Gatter ist eigentlich für die Leistung, sag ich mal, also für die Standardsortimente. Die Maschine, also ich habe eigentlich einen großen Stämme schneiden mit der LT 70 und die Hydraulik ist natürlich unverzichtbar, dass ich die Stämme manipulieren kann. Und ich bin da eigentlich sehr überrascht geworden, weil ich habe, wenn ich das sagen darf, der größte Stamm hat vier Tonnen gehabt, was auf der LT 70 oben war. Und ich habe das nicht glauben können, dass die Hydraulik hat dann richtig dran gekommen. Also eigentlich keine Probleme. Also für mich ist das, die LT 15 vorher hat keine Hydraulik gehabt. Und das war für mich schwer zum Manipulieren, die großen, aber mit der LT 50, also Stammwänder und zum Klemmen. Das ist für mich optimal und es funktioniert sehr gut. Also ich würde sicher andere, die Wutmeiser empfehlen, weil es halt einfach für den Preis, muss man sagen, kriegt man richtig eine gute Sog und die, was auch sehr langlebig ist. Kann ich jetzt zwar so noch nicht sagen, aber ich habe so einfach ein gutes Gefühl, dass die Maschine ist stabil gebaut und es ist aufs Wesentliche beschränkt, sage ich mal. Das ist nicht ein unendlicher Schnickschnack, was man nicht braucht. Es ist einfach die Maschine stabil gebaut und einfach eine Technik, was alles kann und was man braucht. Und darum würde ich es eigentlich schon weiter empfehlen für andere, was im Plan haben. Zusätzlich zur Wutmeiser habe ich einen Doppelbesäumer für die Bretter zum besäumen, 24er Bretter zum besäumen und auch für die Pfosten, 50er Pfosten, zum besäumen und auch zum Lottenschneiden. Und die Hauptmaschine ist eigentlich ein Gatter, der ist schon 30 Jahre alt im Betrieb. Das ist eigentlich meine Hauptmaschine. Mit der kann ich bis zu 15 Meter Länge und 70, also 65 Zentimeter Durchmesser schneiden. Also mein Hauptgeschäft ist der Landschnitt, hauptsächlich Bauholz, die Kundschaft, die Bauern, hauptsächlich bringen wir das Holz. Und natürlich auch Spezialschnitte, wo natürlich jetzt die Wutmeiser das Beste ist dafür, so Obstbäume oder Verhundrück schneiden oder alles, was halt so daherkommt, was mein Ziel ist. Alles, was wir die Kundschaften bringen, das will ich verarbeiten und da bin ich jetzt mal auf einem guten Weg. Speziell auch mit der Wutmeiser Köln bin ich sehr, sehr flexibel und mit dem Grotten und eine Besäumsäge habe ich auch noch. Also momentan bin ich mal gut ausgestattet, aber man weiß nicht, was noch alles kommt. Das ist gut. Das ist gut. Das ist ja so. Das ist gut. Das ist ja so. Untertitelung des ZDF, 2020